hey willkommen hier zu einer neuen die sims 4 let's play folge ja hier in windenburg ich bin daniel von sim fans hier und letztes mal haben sich die beiden hier geprügelt hier so der insel und die uschi hier die china weg die sie dürfen nicht prügeln ja gehen sie weiter ihr gemüse essen ja danke ja und weg ist sie hier wow teleport willst du hin weißt du auch nicht willst du willst du hier auch noch mal vorladen ja ja sie haben sich auch geprügelt hier kennen sie sofort der insel und ja so ja na toll danke ja sehr gut sky wow jetzt müssen wir noch mal zurück zur polizeiwache ein fall zugewiesen bekommen den sexy tübs hier lassen wir mal stehen den können wir vielleicht mal als zeuge einladen den haben wir ja auch schon angeplaudert ja gleich zu beginn der letzten folge es war so witzig wir meinen roby und erstellt für unsere family es war so cool ja ja der sitzt zu hause er kümmert sich eigentlich um den und die kids auch in der schule sind so polizeiwache die habe ich auch mal gebaut wisst ihr bescheid muss ich nicht noch mal sagen wir gehen jetzt mal hoch und holen uns jetzt am computer eine fallzuweisung erhalten genau was kann man denn da noch machen papierarbeit archivieren polizeilandbank das tun das machen wir nicht so wir haben ein bisschen zeit sky komm hoch mit dir weg vom pöbel hier ja so cool diese spiegel dann können wir können wir von innen runter gucken aber ja von außen nicht hast du denn hier heiße tübs ist irgendwie kann man wer fabian winter ja theorie im zufall diskutieren müssen wir mal kennenlernen hier können wir da auch freundlich vorstellen oder so ne den kennen wir schon na gut haben wir einen winter so da brauche ich eine brille hier ne brauchst du nicht das große alien augen hallo so sky wurde ein neuer fall zugewiesen verbenutze die verbrecher karte um zum tater zu gelangen beginne mit den ermittlungen all right maria lea ich habe gehört dass du dich mit anna guck da angefreundet das ist ziemlich cool echt mal ist das ist die nicht die sei ja schimmig zu mir kommen wir vor wie ein china town hier echt mal so mit kollegen das hat sogar gezählt das war sogar eine aufgabe wie geil strafe anzeige eines bürgers aufnehmen eine neue fallakte anlegen verbrecher an der verfassungsstation durchsuchen und hier können wir erst mal das hier fallakte anlegen ja so aktenkoffer hier stapeln sich schon dann dann jetzt die künste was ist jetzt das klima zu schnell weg sky hat die karte was zeigt den tatort zu besuchen ok zum tatort reisen machen wir das doch verbrecher an der verfassungsstation oder machen wir das hier noch so schnell ja das können wir auch noch kurz machen aber wir können auch mal hier noch gucken ob hier ein bürger ist ja ein chicken burger straffansage aufnehmen ist ein bürger eben ein schrank wurde gestohlen ja hören sie mir überhaupt zu hier ich bin ja in der theke warten sie bitte bis eine polizeibeamtin kommt jetzt guckt er so ich dich mal treff hier im supermarkt wenn es eingeben würde ja ja sie müssen 100 simoleons bezahlen hallo ich habe auch was gesehen schönes bett heute so sie haben eine frage ja hier draußen da war jemand ja und der hat hier meinen schrank geklaut minima und hockt wieder was ach komm jetzt ernsthaft hockt wieder auf den baum ich weiß sie haben schon letztes mal gesagt dass sie nicht einmal noch nicht einmal kommen aber wollen sie die arme zu arme kätzchen wirklich verhungern lassen was soll ich jetzt tun hier mit kollegen theorien überfall diskutieren hier ok so hey kollega wir haben ein kätzchen ja was glauben sie denn da drüber eigentlich ja also ich weiß auch nicht glaubt der spinnen bisschen ja jeder steht noch hinter mir wird uns doch jeder macht ein handy rum wird nichts ja danke für die sms eine stunde trainieren das schon wir auch nicht mehr oder das wird aber flotty karotty jetzt aber dann jetzt aber flotty karotty dann hier trainieren sky kommt boxen jetzt aber das reicht nicht mehr verbrecher an der verbrecherstation erfassen das reicht auch nicht mehr kann mal ein bisschen hin aber das reicht jetzt schon nicht mehr ja wir können ein bisschen länger bleiben eigentlich ja kommen wir bleiben mal länger dann kriegen kriegen wir besser eine beförderung oder ihr zum tatort gehen auch das beförderungs ding da müssen wir doch zum tatort reisen wie können wir noch mal zum tatort reisen verbrecherkarte hier können wir das noch vielleicht werden wir dann befördert komm auf zu boxen wir gehen zum tatort das kriegen noch mal gibt noch mal punkte hier für die beförderung wenn wir dann befördert immer schön gucken was man machen muss ja was wollen die senior das geld kriegt auch noch irgendwann muckis ja ja die wird dann voll das voll das tier ein sky tier ein kaugummi tier das ist knuffig wie hat jemand geschrieben auf facebook sieht aus wie ein fettes mio pokémon so tatort reisen hinweisen am tatort hier was ich habe gehört hast du dich mit leckermaule bla 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 wir müssen nicht eingefreundet so das ist irgendwas hier kaputt hinweise sammeln genau beweis foto beweis beweis foto wie wir machen wir denn hinweise sammeln ist alles bei weiß material ok weiß foto man ja da voll drauf du echt nur so ne machst du beweis material sicherstellen und dann nach finger abdrücken doch so ne erst erst warte 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 erst finger abdrücken und dann sicherstellen erst foto und dann das ding hier abreißen ja so jetzt können wir mal jetzt die fotos hier drin sehr gut wenn wir nachher die verbrecherkarte aufhängen dann ja macht er mal das hier mehr reinweise sammeln dann kann ich meinen zeugenbericht auf was ist denn hier passiert habt ihr wieder partys gefeiert oder was das glaube ich euch nicht ach du bist das zeugenbericht aufnehmen ja ja jungchen hier ich sehe das ganz genau der party gefeiert gar nicht war gar niemand ein einbrecher da hier oder was hast du so was ist denn passiert also es waren da die sims draußen ja also die leute jetzt krieg ich kaputt und sonst ne kriegst du nicht meine liebe ist weg was ist nur passiert ich kann mich an nichts erinnern na gut dann fragen wir mal jemand anderen hier fragen wir mal den kollega hier oder kollega müssen wir das auch machen mehr tatortfotos machen wir mal ein paar fotos hier noch oder noch einen zeugenbericht aufnehmen jetzt ist die hier was glaubt ihr was zum fettigware hier fertig gemüse mikrowellen gericht dann dann noch mal hier essen ja ist das mal wegen mir ein bisschen zeit wissen schon voll wir haben alle schon grün hier bist du keine zeugen mehr da geht da gibt es ja ab hier ist ja die polizeiwache da der zockt einfach weiter ne so das neue pokémon spiel sie können jetzt auf wie hieß das Viech auf dem man reiten kann diese schildkröte da mit langem hals nimmst dein essen mit na du stinkst ja wie sau sky du stinkst ja wie sau echt mal mädchen mach das auch nicht so das waren die ja ich weiß auch nichts mehr ich habe alles vergessen ach hast du gar nicht du willst nur die versicherungssumme ja erbeuten mhm so als waren lamas hier also ja es waren ja lamas eingebrochen ach quatsch ich glaube dir doch keinen sinn komm lass mal das essen stehen so reicht das nicht mehr komm zeugenberichte aufnehmen komm das musst du noch machen sky hopp hoppla hopp stell das ding weg ja ich weiß du brauchst bisschen spaß ne nicht zocken jetzt ihr zeugenbericht so kommen sie mal her diese zockerin hier was ist denn jetzt passiert hier also es war so großes lama das hat ja alles zerstört hat kaffettchen gemalt noch mal einen zeugenbericht jetzt haben wir jetzt haben wir aber keine zeugen mehr hier was ist denn noch ein zeuge das reicht jetzt eigentlich nicht mehr das ist vorbei na gut na gut na gut na gut na gut hier ist noch einer da zeugenbericht aufnehmen oh das wird jetzt aber knapp ich 41 minuten kann mal hinne jetzt sky komm mach hinne mach hinne mach hinne mach hinne mach hinne mach hinne so liebe kollegas ich auch noch dazu so was haben sie gesehen haben sie auch damals gesehen oder war es hier ja es waren so große jama als die waren die waren zu fünf oder so ja danke ok ich wollte informationen über das verbrechen geliefert haben ok und jetzt gehen wir zurück zur polizeiware komm zählt das auch noch heute wie es und gerade noch so hier ja dabei war fast voll das war jetzt aber ein run hier hallo eine nager beim ersten hund wie wäre es mein tipps für hunde fortgeschrittene stadien von nager und wir haben hunde keine nager tipps bitte danke also wenn ihr stadien schreibt dann denke ich an die eisarena ist ja auch ein stadium oder eine halle oder eine bahn kleinkinder und ihre kommunikationsfähigkeit wir haben auch keine kleinen kinder waren deshalb im feierabend leute können wir nicht mal mehr duschen das reicht nicht mehr na gut ist auch egal das ist die polizeiwache übrigens so cool oder hammer i like i like ihr auch ich finde die total toll so unter palmen so ein bisschen csi miami oder so hinten sogar mit ausbruch und so ne voll toll gemacht ja das ist weg das ist heute fantastische arbeit geleistet in der zukunft könnt ihr könnt ihr glänzende dienst mal gehen und ein neuer titel wägen wenn ich mir fährt hat wir waren so gut heute hallo verarschung noch mal ladebanken naja das ist ja denkt man hier mit zur arbeit begleiten und so weiterspielen ne ne ladebanken challenge hier ne kleinkinder brauchen ein kleinkinderbett ja ist was da sagt los jetzt mal ich kann auch auf parkbänken schlafen hallo oder auf stühlen sogar das wieder unser futuristic bungalow kommt du springst jetzt erstmal in den pool hier ein bisschen abkühlen oder was einschalten hier hierhin schwimmen nackt baden mal nackt baden kleine wird schon nicht rauskommen die ist schon da ups willst du wieder mit dem tier gefühlvoll auch wie toll bitte nicht nackt baden auch wenn du jetzt Bock drauf hättest obwohl du voll angespannt bist bisschen die runden schwimmen komm ein bisschen runden schwimmen ja merk schwimm ja schwirmen ein paar runden willen ein paar runden im eck so ah du stinkst wollen könnt ihr dich auch baden? ne können wir nicht ne! ei dejden wir dich baden? ne liebe liebe man hier hm hm na franzig du willst nur wieder so eine andere hündin hier hm h hm klein fängst an jetzt haben wir immer noch die blasen gesehen jetzt gucken wir mal zu wie Stella Blasen macht hier. Blasen, Blasen, Blasen. Die Bubbles hier, oder wie nennt man die? Globus. Ach wie toll, ne? Ja nochmal, komm, aber schluck die Seife nicht, ne, Mädchen? Ist mir immer passiert, da waren die Lippen immer voll mit Seife. Dann hat man es irgendwie wieder zwei Jahre weggestellt, weil man es nicht mehr sehen konnte dann, ne? Kennste, kennste hier, ja kennste, kennste? Geh mal duschen, Mädchen. Stinkende Aliens sind nicht gut. So, und die hat ein bisschen Spaß im Kohl, das ist doch gut jetzt, ja. Hygiene geht sogar hoch jetzt mittlerweile, ne, war ja am Anfang nicht so. Das ist wirklich wahr, das ist kein Witz jetzt, ehrlich mal. Früher ging die Hygiene nicht hoch beim Schwimmen im Pool, und das ging dann in Zeiten im Update. Oh, ist das wieder ein wunderschönes Abendlichtchen, ne? Wow, it's amazing, was für eine schöne Welt hier, meine Güte hier, oder? Oasis Springs, völlig unterbewertet, finde ich. Wo ist das Zeug hier bewässern? Geht das nicht? Die Planung braucht kein Wasser, aber das ist aber praktisch. Das Ding braucht aber Wasser bestimmt, oder? Alles ernten. Oh, cool, da gibt es ja was zum Ernten. Glockenblumen verkaufen gleich mal. Was wollen wir mit den Glockenblumen hier? Trinkt uns ja gar nicht. So, machst du mal das Ding hier jetzt. Komm, Sky, auf, hier mit Gebrüll. Dann gehen wir aufs Klo, und dann gehen wir schlafen. Klo, 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 unser Aquarium-Klo. Benutzbares Aquarium, benutzen und Massage erhalten. Müsst du immer noch im Dusch nicht, oder? Bist du längst fertig. Müsst du aber gucken, dass die Mama dich nicht schon wieder erwischt. Sonst hast du hier problematische Probleme und Hausaufgaben musst du auch schon wieder machen hier. Müsst du nur noch Hausaufgaben machen und am Arbeiten, ja. Geh mal Hausaufgaben machen, komm. Ich muss ratzifatz, jetzt warten wir noch ein bisschen. Zum Glück läuft die langsamer, weil sie eh noch aufs Klö, ein bisschen. Hey, ist das nicht hier gefüllt? Wieso ist das doch nicht gefüllt? Wir haben das doch gefüllt hier schon wieder. Aber der gefressen hier, das glaube ich jetzt aber kaum. Das glaube ich jetzt aber nicht hier mal. Ja, ja. So, musst du jetzt rauskommen. Komm, kommst du raus. Oh nein, ich hab dich erwischt. Da war auch keine Glastür. Nee, ist geil, ne? Was für eine Ausrede. Feindlich berührt hier, obwohl du deinen ganz kompletten Sud hier an hast, ne? Wir ruften schon wieder an. Hier, was los? Ja, hab grad was gesehen. Hier, geh mal benutzen und Massage. Jetzt bist du auch noch peinlich, aber die Konzentration, die steigert sich durch das Blasenmachen. Oh, wie toll. Ja, da, da. Du machst alles hier. Machst du heute auch noch Zusatzhausaufgaben, oder? Ja, ja. Einfach ausfüllen, hier umblättern. Habst du auch alles gemacht hier. So eine schöne Bilderwall, oder? Guckt euch mal das an, wie toll. Das ist die Rose, übrigens als Mädchen. Der Jonas mit der Oma. Hier, mhm, von der Stella. Die Lea. Und dann haben wir den Janik und den Jonas. Der Jonas ist der Papa von Stella und Sky. Die sind gestorben. Wir waren schon alt. Und er wurde von Aliens entführt und ist dann schwanger geworden. Da waren die im Dschungel. Da waren die im Winterurlaub zusammen. Ach, das war toll. In der Winter Lodge. In Salvadorada. In der Casa Colua. Und da waren wir am Waldspielplatz. Das war auch so toll. Und das war bei der Hochzeit von Jonas, glaube ich sogar, oder? Ja, da war Red ein bisschen pummeliger. Haha, das weiß ich noch. Und Janik hier dann auch bei der Hochzeit. Ja. Schön. So, Sky. Ist dir dein Mikrowellengerücht? Hast du das echt jetzt geklaut? Hier Gerüchte. Ja, das ist auch so ein Gerüchte. Ähm, mal Fernsehen. Gucken wir mal so einen fetten Fernseher hier. Abenteuer im Raumschiffssimulator angucken mit Stella. Ja, klar. Come on. Komm, mach deine Hausaufgaben später weiter. Oder mach die vor dem Fernseher. Ja, die, 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 die. So, der Film fängt schon an. Boah, bist du fies. Du lässt ihn einfach ablaufen, ne? So, jetzt. Was machst du? Du musst du jetzt abspülen. Du sollst den Film ansehen. Film ansehen mit dem Rahmenabenteuer. Raumschiff-Film. Ja, klar. Oh. Komm, lass die Hausaufgaben mal entstecken. So, komm, mach's mal jetzt hier, ne? Ja, doch, kannst du im Inventar. Ist gut. Ja, hast du's? Ja, gut. Komm zusammen filmen und gucken hier. Gucken. Bist du schon wieder? Hast du wieder gestartet? Komm noch auf das Intro jetzt. So. Es war einmal im fernen Weltraum. Die Rakete von Jonas. Klee. Schau, wir müssen die Menschenherrschaft an uns reißen. Ja. Oh, da arbeitet ein Mensch. Okay. Das sind unsere Sklaven, oder was? Ja, weißt du, wobei soll ich wissen, was wir machen? Hier kommen die Sims. Ah, die ist ja hübsch in grün hier. Ah, ist ein Kaffee, könnte ich da fragen. Oh, Frösche. Hi. Wir müssen uns zusammentun, liebe Roboter und Sims. Wir müssen die Frösche besiegen. Ich werde euch fertig machen. Ihr wart damals die creepy Frösche. Jetzt gibt's Blumenhäschen. Boah, das ist ja cool. Das ist Luna Lakes, ne? Die Sims 3-Store-Welt. Luna Lakes, das weiß ich nicht. Oh, die können zaubern jetzt, ja? Ah, hallo, Mora, hier ist der Grünverzauberungsfrank. Ah, das ist ja auch ein Frosch geworden. Huh? Verdammt hier, was macht ihr mit uns hier? Wie könnt ihr es wagen? Ding, ding, ding. Oh, das ist Sean Singler hier. Aus die Paradefähigkeit da. Aus die Kampffortfähigkeit. Aus dem Sims 3-Reiseabenteuer-Weiterungspack. Hm? Ah, cool. Das waren Moves damals. Hey, wow, das haben sie echt gut gemacht. Ding! Ich bin der erste Grünmaster. Ja, sie werden nicht gewinnen, lieber Roby. Die Natur siegt immer über die Maschine. Boom. Oh, mein Jeebel damals. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Und sie flogen weiter. Aber wenn sie nicht genug geflogen sind, dann leben sie noch heute. Ja, jetzt sind die Fröschen ja auch an Bord. Wie cool. Haha, die haben sogar so eine Zunge. Wie cool ist das denn? So, das war's aus die Maus. Und, ach so, ein herzzerreißender Film hier, ne? Ich fand ja die Kleider ganz toll. Lieblingsfilmscheuregler in Action. Machst du mal. Mein Lieblingsfilm ist Action. Und deins? Kann man da noch ein bisschen Erziehung machen? Wir müssen noch ein bisschen beibringen. Ähm, Entschuld, bitte und danke zu sagen. Ist doch gut, ne? Du guckst immer noch weiter. Musst du nicht gucken. Ist fertig. Kommt nichts mehr. Kommt nichts, kein Teaser mehr nach dem Abspann, wie bei Marvel hier. Mhm. So, also wir wollen jetzt mal was lernen, liebes Kind. Ja, bitte und danke sagt man ja. Ja, also wenn du dich ins Bett bringst, sagst du Danke, Mama, obwohl ich nicht deine Mama bin. Wenn du dich einen Burger mitbringst, sagst du Danke, Mama, auch wenn ich nicht deine Mama bin. Ja, und wenn du mir was anderes mitbringst, so Rotwein oder Kaffee, das darfst du nicht trinken, kleines Mädchen. Das ist voll Müll für dich, du, für deinen Magen. Das verdrehst du nicht, ja? Ja, dann wirst du zur Statue, dann kommst du ins Museum. Ja, gute Wissen, ja. Dann habe ich ganz viel Graf, ja, Stein. Und du musst immer irgendwie den Tisch decken, das gibt man hier. Ja, so wie jetzt auch, ne? Siehst du die grünen Kreuze über deinem Kopf? Ja, aber kann ich das nicht irgendwie hacken oder so, die Charakterwerte? Ah, da gibt's da Cheats auf simfans.de, da kannst du mal vorbeigucken. Den Link findest du in der Videobeschreibung, ne? Also da kannst du mal dann gucken, aber... Ah, ja. Oh, ich bin jetzt aber müde, ja. Oh, Mann, du hörst mir gar nicht zu hier. Oh, ich bin voll gelangweilt, was erzählt ihr mir da? Erzähl mal, redet mal über die Dinge und machen mal eine Verantwortung beidringen, das ist ja auch so ein Ding, weil du ja das Bono-Schmerkmal hast, und dann können wir dich jetzt ins Bett. So, es hat genug lang geblubbert hier wieder, ne? Und der Rabbi, die Action-Szene, die war cool, ne? Sonst bist du nicht mehr gefahren, ah, gelangweilt. So, ich bin nämlich verantwortlich, ja, der Jonas hat mir das beigebracht, auch dein Papa, wir gehen jetzt zusammen hier ins Bettchen. Ja, nicht zusammen ins Bett, aber ich springe hier ins Bett, ja. Jetzt sind wir noch gelangweilt. Obwohl es hübsch dekoriert ist, ne? Echt mal. Guck, ich hab's so schön hübsch dekoriert hier, Mädchen. Echt mal, das hält dich nicht auf. Das ist dein Bett, ab, mit rein mit dir. So, du bist auch müde, Sky, ne? So, gute Nacht, Schwesterlein. Morgen geht's weiter hier am Let's Play. Oder jetzt noch bei einem anderen Traum deiner Wahl. So, Sky geht ins Bett. Ab mit dir, Mädchen. Ab mit dir ins Bett. Wir benutzen den Whirlpool wieder nicht. Das Mini, das Mini, Mini-Maus ist da. Mini, 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 Mini. Und dann gibt dir mal was zum Essen hier. Das kann ich ja gar nicht sehen hier. Sky, nochmal aufgestanden. Na man, ich muss nochmal hier raus. Ich dachte, die Folge ist gleich vorbei. Ja, ist auch. Aber trotzdem nochmal hier. Hallo Mini, sagen wir, der kommt. Hallo Mini, guck mal, wir haben einen kleinen Babycoggy erstellt hier. Hm, jetzt bin ich nicht mehr der wichtigste Hund hier in unterm Haus. So, und jetzt kannst du da nochmal was reinfüllen. Ist schon voll und jetzt läuft er über. Komm, da gibt's was hier, Futter. Komm, 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 um den Ball hier rum. Ähm, Freundschaft anbieten. Genau, dann können wir Mini vielleicht mal anrufen. Ne, das geht nicht, glaub ich, ne? Ah, ich mag dich das. Mini, sei lieb zu unserem Hundi, ja? Was ist los mit dir? Ah, ich mag dich nicht, du bist ein Alien, ja? Ach, komm her, Mini, du kennst mich da noch. Die Geister vergessen immer alles, aber du nicht, oder? Guck mal, ich bin doch die Sky. Hey, Freundschaft anbieten, komm. Hier kriegst du auch was zum Freisen, guck mal, extra für dich hier. Kostet 50 Molleons, das ist fast so viel wie ich Stundenrohne bekomme, ja? Oh, du bist ja immer noch voll busy. Was ist denn los? Komm, ein bisschen spielen, ein bisschen beruhigen. Oh, jetzt ist er rot hier. Oh, das ist nicht so hoch. Rotes Wilden, ne? Ja, 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 ja. Ich muss ein bisschen. Oh, Mann. Ähm, hochheben und dann hier hingehen und dann das Geschäft erledigen. Boobesnerp. Boobesnerp, hier. Komm, hört auf. Ja, Jui, Bern, hier. Komm, komm nicht mal beim Deinen Hund. Der Geist kann ja durch die Wände durchlaufen. Komm, wir müssen dich mal jetzt hochheben, dass du rausgehst. Oh, ich bin so müde. Hallo! Ja, komm, das müssen wir noch machen. So musst du noch die Pfütze aufwischen hier. Das ist dein Outfit an hier. Komm, gehst du mit raus. Setz sie den hier hin. Absetzen. du musst lernen dass er draußen das geschäft macht hier guck und jetzt bitte das geschäft zu liegen so bitte pislia james ist ein kurvokackermann ja aber nur hier draußen bitte nicht im haus dahin programmiert doch die fähigkeit hier wäre die das bedürfnis hier weg ich bin doch ein roby hund oder er muss schon selber kacken das geht jetzt auch nicht genau du folgst deiner programmierung einfach geschlafen sky kommt es ist schon wieder zu spät hier wollen müssen wir den kleinen auch mal das hundebett hier gewöhnen ja ja raus aus den federn ja jetzt die grüne landschaft müssen der wüste kannst du ja gut das alles grün eigentlich nur ein oase in der wüste so muss man sagen so dann haben wir es doch heute ja alles gut und du was machst du bist du wieder da spielst du mal in bali sehr gut alles sind zufrieden ich danke euch für zuschauen da man auch nicht vergessen wenn es euch gefallen hat das war es für heute hier im futuristic bungalow und ja wenn ihr mögt hören wir uns in der nächsten folge oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen video eurer mal bis denn macht's gut ciao